Ich bin jetzt mit dem Ronny unterwegs und wir haben ja richtig was vor. Ich bin an der Stelle nur der Kameramann. Die ganze Arbeit und den ganzen Erfolg, das muss der Ronny halt alles tun und machen. Ich will euch mit der Kamera begleiten. 24 Stunden haben wir Zeit und Ronny sagt euch jetzt mal, was er vor hat. Ja, willkommen auch von mir. Wir haben quasi das Bootsangeln, oder ich habe quasi das Bootsangeln auf dem Schirm. Bin ich so verrückt, ja? Ja, ich bin schon ein bisschen länger am Bootsangeln unterwegs und ihr werdet einfach uns begleiten dabei. Und eventuell ist das mit Erfolg gekrönt. Wenn es dazu ein Video gibt, hat der Ronny was gefangen. Wenn nicht, dann bleibt das bei diesem Kurzvideo. Wichtig für Ronny, neu dabei, unser Bootstohl, unser Bootshandtuch. Weil wenn er so zahlreiche Fische fängt, muss er sich mal einen Schweiß abwischen. Wenn man da nichts fängt, kann er sich die Hände abwischen, weil Haus auf dem Wasser hat halt viel mit Wasser zu tun.